Willkommen zu Sight City Forum. Beginnen wir mit unserer nächsten Präsentation. Das Thema Optimal Digital, Füreinander Digitalisierung Erlebbar Machen. Wir vorstellen Ihnen Dario Madani und Cornelia Bitt-Killian. Willkommen für Sie, Herr Madani. Wir haben etwa 40 Personen im Raum. Wir haben auch Publikum online und das Publikum ist direkt von Ihnen und es strecken Sie sich zu Ihren Linken. Willkommen und viel Erfolg. Danke. Vielen Dank. Guten Tag zusammen. Mein Name ist Dario Madani von der Proretina Deutschland TV. Ich bin in der Proretina Deutschland TV in der Position als Geschäftsführer heute hier und freue mich, Ihnen initial etwas über die Proretina erzählen zu dürfen und dann mit meiner Kollegin Cornelia Bitt-Killian das Projekt Digital Optimal vorzustellen. Was ist eigentlich die Proretina? Was macht die Proretina eigentlich? Und wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Die Proretina Deutschland TV ist die älteste Selbsthilfe-Patientenorganisation in Deutschland für und von Menschen mit degenerativen Netzhauterkrankungen. Also alles, was diagnosespezifisch in irgendeiner Form in Richtung Netzhauterkrankungen angeht, da sind wir der Ansprechpartner und die Instanz der Hilfe, die Instanz der Unterstützung in drei ganz, ganz wesentlichen Punkten. Wir verstehen uns aber einmal in der Forschungsförderung, ein ganz wichtiger Punkt für uns ist die Forschungsförderung, dann in dem Bereich der Krankheitsbewältigung und im Bereich der Selbstbestimmtheit, des selbstbestimmten Lebens. Wir verstehen uns in der Proretina als Brücke, als Brücke zwischen den betroffenen Menschen, die von einer degenerativen Netzhauterkrankung betroffen sind, und der Forschung, der Medizin, der Gesellschaft. Das heißt, wir versuchen, die Sprache hinzubekommen, die es zu verstehen gilt als Patient in der Kommunikation mit der Wissenschaft und Forschung, aber auch die Sprache, die es zu verstehen gilt als Forscher oder Mediziner in Richtung der Betroffenen, der Patienten in dem Fall. Wir sind bekannt dafür und sind sehr, sehr, sehr stolz darauf, dass gerade in der Proretina die Beratung, die Beratung von betroffenen Menschen einen ganz, ganz großen Stellenwert einnimmt. Nicht nur diagnosespezifische Beratungen, sondern auch Beratungen im Bereich der Hilfsmittel, Sozialberatungen, Beratungen in ganz vielen verschiedenen Aspekten und Facetten. Und nicht zuletzt deswegen haben wir uns dazu entschieden, ein neues Beratungskonzept mit bei uns aufzunehmen, eine neue Beratungsstruktur aufzubauen, und zwar die Beratung für digitale Bedarfe. Digitalisierung ist ein Thema, das uns jeden Tag begegnet, jeden Tag begleitet. Und auch für mich als vollblinden Menschen ist Digitalisierung leider nicht barrierefrei. Wir hören immer wieder, Digitalisierung muss barrierefrei sein und Digitalisierung wird barrierefrei. Und das ist richtig und das ist wichtig. Aber Digitalisierung ist noch lange nicht so barrierefrei, wie wir mit unseren Bedarfen diese Digitalisierung gerne hätten und sie auch tatsächlich brauchen. Und viele, viele Schwierigkeiten in der digitalen Barrierefreiheit bestehen natürlich im Backend, sprich in der Programmierung, in der Übernahme von Firmen, gerade auch im privaten Sektor oder im wirtschaftlichen Sektor, in Bezug auf die Anpassung barrierefreier Inhalte. Aber eine Barriere kann auch sein, dass wir die tollsten Produkte haben, die wertvollsten Produkte haben, die bestfunktionierendsten Produkte haben und vielleicht auch die teuersten Produkte haben. Aber wir können schlicht und ergreifend nicht damit umgehen, weil wir niemanden haben, der uns erklärt, wie es geht. Und wenn wir Leute haben, die uns erklären, wie es geht, haben viele, viele, viele Umfragen bei uns ergeben, dass diese Dienstleistungen, wertungsfrei von mir jetzt, hochpreisig sind. Und nicht jeder Mensch kann sich diese hochpreisigen Dienstleistungen einkaufen oder hat den Zugang zu Fördermöglichkeiten für diese Dienstleistungen. Wir haben Umfragen gemacht bei uns in der Mitgliedschaft und haben festgestellt, hier ist ein Bedarf, den wir für unsere Mitglieder und darüber hinaus gerne befriedigen und decken möchten. Und so sind wir dazu gekommen, dank der Unterstützung durch die Krankenkasse KKH ein Digitalisierungsprojekt ins Leben zu rufen, das optimal digital heißt. Und was wir dort tun, ist, wir bilden Berater und Beraterinnen aus, auf einer sehr, sehr, sehr guten und sehr professionellen Ebene, um im Ehrenamt, auf ehrenamtlicher Basis, unseren Mitgliedern eine Hilfestellung anzubieten. Und das über unser schon lang bewährtes Beraterkonzept, Beraterinnenkonzept. Und wir haben eine extrem hohe Resonanz von Beratenden bekommen und eine ganz, ganz, ganz große Resonanz von Ratsuchenden, die gesagt haben, Mensch, das brauchen wir. Wir brauchen eine niedrigschwellige Beratung, ein niedrigschwelliges Beratungsangebot von Experten in eigener Sache, von Betroffenen für Betroffene. Weil, ich meine, jeder von Ihnen, der dort sitzt, genauso wie ich, weiß, wie das ist, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, als sehr eingeschränkter blinder Mensch, der sagt, ja, dann musst du da oben links klicken. Ja, nur das oben links bringt mir nichts. Weil oben links ist für mich genau, wie wenn jemand zu mir sagt, ach, du musst nur geradeaus laufen. Ja, nur geradeaus ist immer schwierig. Und so haben wir ein tolles Beratungskonzept entwickelt, über das meine Kollegin Frau Witt-Kilian jetzt gleich noch im Detail erzählen wird. Und wir freuen uns darüber, Ihnen das heute vorstellen zu dürfen. Und wir freuen uns über Teilnahme. Wir freuen uns natürlich sehr über Teilhabe, aber in dem Bereich auch über Teilnahme und über die Möglichkeit, dass Sie sich ehrenamtlich engagieren können, dass Sie dabei sein können, wenn Sie wollen. Ja, unter www.pro-retina.de finden Sie alle Informationen über die Themen, die wir Ihnen jetzt schildern. Und damit würde ich auch ganz gerne abgeben an dich, liebe Cornelia, dass du noch mal im Detail erklärst, worum es hier eigentlich geht, warum wir eigentlich hier sind. Und im Nachgang unseres Vortrags würde ich mich über viele Fragen von Ihnen sehr freuen. Bis hierhin, Dankeschön. Ja, hören Sie mich? Ja, das funktioniert. Super. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit schon mal. Ich bin Cornelia Witt-Kilian. Ich bin Projektreferentin Digitalisierung bei der Pro-Retina. seit gut anderthalb Jahren. Und ja, Sie sehen hier eine Wortwolke mit ganz vielen Wörtern rund um die Digitalisierung. Ganz bunt und in unterschiedlichen Größen, aber ganz präsent ist das Smartphone. Dario nennt es immer das Schweizer Taschenmesser in der Hose für unterwegs, um zurechtzukommen im Leben. Digitalisierung ist das Tor zur Welt und nicht nur für Menschen mit einer Sehbehinderung, sondern für die meisten Menschen inzwischen. Und der wichtigste Baustein für Teilhabe und Selbstbestimmtheit. Und genau, da setzt unsere Beratung an. Wir haben ein Konzept für eine Peer-to-Peer-Beratung, die auf Augenhöhe stattfindet. Denn Selbstbetroffene können sensibel auf die Bedürfnisse ihres Gegenübers eingehen und dahingehend beraten. Sie kennen die Schwierigkeiten und wissen, worum es geht. Und da setzt unser Projekt Optimal Digital an, für die wir jetzt die Digitalexpertinnen und Experten ausbilden. Das, wie Dario schon gesagt hat, von der KKH gefördert wird. So, jetzt haben wir hier die nächste Folie, die leider vom Format etwas zerschossen wurde, aber viel zu sehen ist nicht. Es steht eigentlich nur drauf, Optimal Digital, die Digitalexpertinnen, das Projekt der ProRetina Deutschland e.V. Wie schon erwähnt, die Digitalisierung ist ein Segen, aber hat auch vielfältige Herausforderungen im digitalen Bereich. Das ergaben Umfragen bei uns, aber auch außerhalb des Vereins. Und da sind Themen wie Internetbanking, Gesundheitsthemen, Apps, die Erleichterung im Alltag bringen sollen oder auch einfach Unterhaltungsmedien oder das Smart Home. Und ja, seit April rekrutieren wir Ehrenamtliche, die wir ausbilden wollen. Wir haben gut 90, haben sich bei uns gemeldet und ein Drittel, also um die 30, sind jetzt in der Ausbildung. Ein paar sitzen hier auch schon und ich freue mich, Sie persönlich und live einmal auch zu treffen. Genau, das Problem ist einfach auch, unser Verein hat einen Altersdurchschnitt von 62 plus. Und allein durch dieses Alter sind schon Hürden da. Man hat Ängste, mit der Digitalisierung in Kontakt zu kommen oder was falsch zu machen, grob gesagt das Internet zu löschen. Das kommt ja schon mal vor. Und diese Hürden müssen überwunden werden. Und das geht am allerbesten, wenn jemand vor mir sitzt, der nicht unbedingt vielleicht 16 Jahre alt ist und ein Crack in Digitalisierung und mit dem Handy ist, sondern einfach mit jemandem, der Ahnung hat, wie es mir geht, der weiß, dass ich bei Null anfange, der weiß, wie ich das iPhone oder das Android-Smartphone halten soll, um die Tasten, die doch noch da sind, zu erfüllen und wo oben und unten ist, erklären kann einfach haptisch. Und genau, da setzen wir an mit unserem Projekt. Und wir wollen aber auch mitgestalten, weil wir sind ja Teil der Gesellschaft. Und ja, wie Dario auch schon erwähnt hat, es gibt die Kosten der Anschaffung. Die sind nicht gerade günstig. Und dann hat man dieses Gerät, möchte damit umgehen und ärgert sich nur, weil es nicht macht, was man möchte. Und dann sind Schulungen auch wiederum sehr, sehr teuer. Und genau da möchten wir unsere Mitgliedschaft und auch die gesamte Gesellschaft einfach entlasten und sagen, es gibt uns, ihr könnt zu uns kommen, ihr habt Fragen, wir beraten euch gerne. Und ja, das ist dann ein sehr, sehr hoher Mehrwert für die Gesellschaft. So, kommen wir zu der Ausbildung der Digitalexpertinnen und Experten. Wie schon erwähnt, ist die Ausbildung in mehrere Bereiche gegliedert. Es gibt zum einen die bereits seit sehr langer Zeit bestehenden internen Ausbildungen zu den Vereinsstrukturen, zur Kommunikation und zu den diversen Krankheitsbildern, sodass die Digitalexpertinnen und Experten sich auch innerhalb des Vereins zurecht auskennen einfach und wissen, wo sie wen finden, weil es gibt ja nicht nur digitale Fragen. Manchmal muss man auch mal an jemand anders verweisen, der vielleicht zu sozialen Themen oder Krankheitsthemen beraten kann. Und so wissen sie einfach, was es gibt von den Strukturen her bei uns. Und ja, zur Kommunikation, auch digitale Themen sind sehr emotional. Ich sage nur, dass die FaceTime mit den Enkeln, die dann wieder stattfinden kann, ist wahrscheinlich ein sehr, sehr emotionales Thema. Und diese Erweiterung möchten wir sehr gerne bieten. Aber wenn es so emotional wird, müssen unsere Digitalexpertinnen und Experten einfach auch geschult in der Kommunikation sein. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir eine sehr, sehr gute Ausbildung dazu auch anbieten können. Dann gibt es gleichzeitig auch die Schulungen, die extern angeboten werden. Und zu den verschiedensten Themen, also da haben wir die elektronische Gesundheitsakte, das iPhone, Office-Anwendungen, Android und vieles mehr. Und dabei haben wir mehrere Partner. Zum einen das Kundig-Programm, klug und digital durch das Gesundheitswesen, wo auch gerade einige Digitalexpertinnen und Experten in der Ausbildung sind, um das dann wiederum in unserem Verein weitergeben zu können. Dann haben wir das BfW Würzburg, wo sämtliche Office-Anwendungen barrierefrei Menschen mit einer Sehbehinderung vermittelt werden. Da meldet man sich an und hat dann 60 Kalendertage Zugriff, soweit ich weiß, auf die ganzen Schulungsmaterialien und kann sich da in seinem Tempo weiterbilden. Dann gibt es den Digitalkompass, der wiederum die aller verschiedensten Themenbereiche abbildet. Da geht es um die Gesundheitsakte, da geht es auch um Phishing, um KI, um Social Media. Alle möglichen Themen werden dort abgebildet und den Leuten dargeboten, sodass sie sich weiterbilden können. Genau, und dann hatten wir auch schon eine sehr, sehr schöne Schulung von der Blister von Oliver Nadig, der heute auch hier rumschwirrt, falls Sie ihn finden. und die sehr, sehr gut ankamen. Es geht einfach darum, digitale Themen lassen sich nicht einfach so erklären. Man muss sie auch anfassen können. Und dazu müssen unsere Digitalexpertinnen und Experten einfach wissen, derjenige hat ein iPhone in der Hand, okay, da befindet sich der An- und Ausknopf oben rechts oder unten links, wo auch immer. Auf jeden Fall muss das beschrieben werden, damit derjenige, der das Gerät in der Hand hält, einfach weiß, wo oben und unten ist, damit man überhaupt mit der Schulung beginnen kann. Genau, und dann gibt es noch eine Reihe von Schulungen, die nicht geführt sind, die aber in Eigenregie durchgeführt werden können. Da haben wir den Wegweiser der BAXO. Das ist ein ziemlich gutes Nachschlagewerk zu digitalen Themen. Das ist für ältere Menschen konzipiert worden, das quasi wie Vokabellernen ist. Da wird auch darauf eingegangen, wie werden diese Wörter überhaupt ausgesprochen. Nicht jeder weiß, wie Social Media ausgesprochen wird oder Recaptures oder diese ganzen Sachen. Und da wird sehr sensibel und schön darauf eingegangen. Dann haben wir noch den Webseu-Koffer des Paritätischen. Da sind viele barrierefreie Videos und Dokumente zu den verschiedensten Themen, auch wieder Social Media und Zoom, Kommunikation und soweit ich weiß, auch Office-Anwendungen. Also da wird man auf jeden Fall fündig. Und dann haben wir noch ein Lexikon, den Digi-Guide der BAG, wo auch ganz viel erklärt wird. Und genau. Diese Angebote können die Digitalexpertinnen und Experten im eigenen Tempo durchführen und sich auch immer wieder weiterbilden. Denn Digitalisierung ist nicht statisch. Es geht immer weiter. Und genau das ist auch das Problem unserer Zielgruppe. Wir müssen am Ball bleiben, damit wir unsere Geräte auch immer weiter nutzen können. Damit man weiß, wie es funktioniert, wenn die App aktualisiert wurde. Wenn der Button auf einmal unten rechts statt oben links ist, muss man sich zurechtfinden können. Genau. Ja, wie wird denn nun beraten? Das ist die gute Frage. Aber bevor man beraten kann, muss man die Beratenden auch finden. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann uns anrufen in der Geschäftsstelle und wir helfen Ihnen dann, den richtigen Berater zu finden oder die Beraterin und vermitteln Sie dann weiter. Sie können aber auch selbst über den Beratungsfinder auf unserer Webseite www.pro-retina.de auf den Beratungsfinder gehen und Ihren Berater suchen zu dem Thema, zu dem Sie einen Rat suchen. Also unsere Digitalexpertinnen werden so gelistet sein, dass nicht jeder kann alles, muss auch nicht jeder. Manche werden zu Office-Anwendungen beraten, manche wiederum zum iPhone. Und dann kann man das auswählen und wird zum richtigen Beratenden weitergeleitet. Die Beratung kann dann ganz individuell stattfinden, via Telefon, via Zoom. Wenn es Themen gibt, die öfter aufkommen, werden auch Gruppenschulungen angeboten von den Digitalexpertinnen und Experten. Und es werden sicherlich auch einige dann mal bei Treffen vor Ort sein, sodass man auch den persönlichen Kontakt finden kann und sich so beraten lassen kann. Zudem bieten wir sehr erfolgreich iPhone-Cafés an, überregional, über Zoom. Da sind die Anmeldezahlen sehr, sehr hoch. Und da kann dann in der großen Runde an das Moderatoren-Team und auch in die ganze Runde können die Fragen gestellt werden. Und dann erörtern alle zusammen den besten Lösungsweg, der zu dieser Person dann zu dieser Fragestellung und zu der Person selber auch passt. Das ist nicht immer nur der eine Weg. Es gibt mehrere Wege und jeder hat seine Erfahrungen und da gibt es einen Erfahrungsaustausch. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Zudem haben wir letztes Jahr eine ganze Woche angeboten, wo es nur um digitale Themen ging. Was auch sehr gut besucht war und auch sehr gut ankam in der Mitgliedschaft. Dieses Jahr haben wir gerade Ende März, noch vor Ostern, das Digitalfestival abgehalten und genauso eine digitale Hilfsmittelausstellung organisiert. Wir haben ganz viele Impulse gehört zum Thema KI, Smart Home. Wie nutze ich überhaupt die Digitalisierung für mich? Jennifer Sonntag, die vielleicht einigen ein Begriff ist, hat erklärt, dass sie selbst eher zögerlich war, was die Digitalisierung angeht und wie sie sich langsam daran getastet hat. Und es gab einen sehr, sehr regen Austausch, den wir dann am nächsten Tag im Barcamp auf Rechnung tragen konnten, was wiederum auch ein wunderbarer Austausch und, wie Jennifer Sonntag gesagt hat, empowernd war für die Mitgliedschaft. Das fand ich ein sehr schönes Zitat, das sie uns dazu gegeben hat. Genau. Dann, wie können Sie Digitalexperte oder Expertin werden? Melden Sie sich bei mir. Melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf jeden Fall. Unter digital.pro-retina.de können Sie sich bei uns melden und Ihre Fragen stellen, sich anmelden, um Digitalexperte oder Expertin zu werden. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Jetzt habe ich hier noch für Sie einen kleinen QR-Code, der Sie zu einem Video führt von den Digitalexperten, also zu den Digitalexperten und Expertinnen. Da können Sie einmal reinschauen und sich noch mal weiter informieren. Genau. Ja, das war es jetzt soweit erst mal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie noch Fragen haben, ich glaube, wir haben noch Zeit. Vielen Dank. Ich muss tatsächlich gerade gestehen, Dankeschön. Ich muss tatsächlich gerade gestehen, dass das das erste Mal war, dass ich diesen Vortrag gehört habe und jetzt weiß ich, warum du unsere Digitalisierungsreferentin bist und nicht ich. Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank, Cornelius, für den Schönenvortrag. Haben Sie Fragen? Ja, ich habe eine Frage hier. Eine Sekunde. Eine Sekunde, bitte. Ja, Steffen Beck, ich habe mich angemeldet zum Berater als Digitalexperte. Ich wollte mal fragen, dieses BfW-Angebot in Würzburg für die Office-Ausbildung, nimmt das Rücksicht auf verschiedene Plattformen, also auf Mac- und Windows-Anwendungen oder ist das da noch mal eingeschränkt? Die Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Ich weiß nur, dass Sie eine E-Mail dorthin schicken müssen, um sich anzumelden. Ich gehe davon aus, dass es eigentlich für alle Plattformen barrierefrei sein muss. Ich habe nur Gutes gehört über die Ausbildung. Und das ist schon möglich. Ja, Sie können sich dort anmelden. Ich kann auch noch mal in die große Runde dann schreiben. Alles klar. Danke. Danke. Sehr gerne. Noch Fragen? Haben Sie Fragen? Yes. Zwei Fragen noch. Sehr gerne. Bitte schon. Mein Name ist Jürgen Neistius aus der Gruppe Wiesbaden und habe die Frage zu den Beratungsvideos. Die werden doch auch aufgezeichnet. Ja. Kann man die auch am PC? ist das für mich ein bisschen beschwerlich, dann anzuhören über eine halbe, dreiviertel Stunde. Kann man diese auch irgendwo als MP3 runterladen, dass man es auf dem DSI-Spieler abhören kann? Das ist ein guter Hinweis. Da müssen wir noch drüber nachdenken, ob wir da die Audiospur extrahieren. Wir können das. Ganz einfach. Wir können das. Definitiv. Das ist kein Problem. Ich habe gar nichts gesagt. Wir können das. Ja, wir können das. Das ist ein super Tipp. Wir nehmen das einfach als ganz tollen Hinweis mit. Da muss man erst mal drauf kommen. Vielen Dank dafür. Wir können das und wir machen das. Also die Audiospur von einem Video zu extrahieren, kein Problem. Kriegen wir ihn. Danke für den super Tipp. Ja. Haben Sie mehr Fragen? Haben Sie Fragen? Eine Frage noch, bitte. Guten Tag, Benjamin Weischer vom Bundesverwaltungsamt. Helfen Sie auch denjenigen, die, ja, ich will jetzt mal sagen, die barrierefreie Produkte auch für Bundesbürger dann herstellen wollen? Ja. Für uns, aus unserer Sicht, sind wir jetzt die Blinden, weil wir nämlich die Bedarfe und die Belange überhaupt gar nicht erkennen können. Tun wir tatsächlich. Das heißt, wenn Sie Beratung brauchen im Bereich der Barrierefreiheit und Barrierefreiheit ist ja ein riesengroßes Spektrum. Nicht nur digitale Barrierefreiheit, Barrierefreiheit in Produkten, Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr, Barrierefreiheit im Haushalt, Barrierefreiheit überall. Überall, ja, wenn Sie da Beratung brauchen, wenden Sie sich gerne an uns, ja, und wir setzen uns zusammen und gehen ganz genau darauf ein, wo Sie die Beratung brauchen. Und dann haben wir Experten in eigener Sache aus den eigenen Reihen, die wirklich jeden Tag mit den Themen zu tun haben und die auch extra dafür ausgebildet sind. Und wir bieten Ihnen dann Beratung an, damit Sie wiederum in dem Bereich, in dem Sie arbeiten, Barrierefreiheit gestalten können und umsetzen können. Wunderbar, vielen Dank. Sehr, sehr gern. Also, wenn ich da sitzen würde, ich hätte tausend Fragen. Gerade Digitalisierung, ganz ehrlich, Digitalisierung nochmal, begegnet uns überall. Überall. Wo ist überall künstliche Intelligenz drin? Drei Leute. Irgendjemand, ruft einfach rein. Drei Leute, künstliche Intelligenz. Wo begegnen wir künstlicher Intelligenz? Zahnbürste. Zahnbürste, perfekt. Genau darauf wollte ich hinaus. Perfektes Beispiel. Wo noch? Sing AI, würde ich sagen. Sascha Müsliwitsch, Just Edmolten. Sascha, ich grüße dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich will noch zu da. Dankeschön. Seeing AI beinhaltet künstliche Intelligenz. Wo noch? In Ampelsystemen. Sind Sie jetzt hier in München tatsächlich am testen irgendwo? Das ist, aber ich habe den Ort vergessen. Also grundsätzlich, in Straßenampeln begegnen wir, wir setzen uns in ein Auto, in egal welches Auto heute, funktioniert mit künstlicher Intelligenz. Der Fahrspurassistenz ist künstliche Intelligenz. Der Zug, in dem wir alle fahren. Weil ich fahre weniger Auto, zumindest weniger selber, als dass ich Zug fahre. Künstliche Intelligenz. Flugzeug, künstliche Intelligenz. Die Zahnbürste war das perfekte Beispiel. Künstliche Intelligenz. Der Fernseher, künstliche Intelligenz. Das Radio, künstliche Intelligenz. Digitalisierung ist um uns herum. Und wir, als Betroffene, wir müssen darauf Acht geben, dass die Digitalisierung nicht an uns vorbeifährt. Statt Naktion ist Rücklauf. Wenn wir stehen bleiben, fährt der Zug der Digitalisierung ohne uns weiter. Und das ist eine ganz große Gefahr. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Und egal, ob du zwölf bist oder ob du 25 bist oder ob du 40 bist oder ob du 80 bist oder 90. Wir möchten es erreichen, dass Digitalisierung für jeden barrierefrei zugänglich gemacht werden kann. Und nicht nur, wie ich eben schon gesagt habe, im Backend, in der Programmierung, in der Herstellung, in der Produktion, sondern auch in der Nutzbarkeit. Weil eine der größten Barrieren, die wir haben, vielleicht nimmt mir das jetzt jemand übel, wenn ich das sage, aber die größte Barriere, die wir haben, ist, ich kann das nicht. Das ist die größte Barriere. Und die möchten wir gerne mit euch gemeinsam überwinden. Ja, noch eine Frage? Ja, da möchte ich jetzt gleich anschließen. Angela Aldinger, und ich habe mich auch todesmutig für die Digitalberaterausbildung beworben. Also mein Sohn hat vor Lachen fast in die Tischkante gebissen, weil Mutter, du! Und das ist nämlich das Problem. Ich bin fast 67 Jahre alt und ich habe das Grundlagenwissen einfach nicht. Also wenn ich alle Fortbildungen, immer alle Vorträge anhöre, denke ich immer, jo, die könnten auch Chinesisch mit mir sprechen. Wir, also ich spreche jetzt von mir als fast 67, nie was mit Digitalisierung am Hut gehabt, Pädagogin gewesen, ja, und jetzt stehst du da und hast Begriffe und hast keine Ahnung. Ich bräuchte einfach mal so einen Grundlagenkurs. Willkommen der ProRetina bei OptimalDigital. Ja, vielen Dank. Wir haben ja vorhin gehört, was die liebe Cornelia auch vorgelesen hat, mit was für Partnern wir zusammenarbeiten und vor allen Dingen, mit was für Programmen dieser Partner wir zusammenarbeiten. Und gerade auch der sogenannte, ich finde den Namen einfach so fantastisch, ich muss ja nochmal sagen, Webzeugkoffer, ja, und die Lexika, die dort angeboten werden, zum Beispiel von der BAG, das sind Produkte, das sind Tools, Werkzeuge, die genau dieses Grundlagenwissen schaffen. Und auch wenn Sie keine Ahnung haben, ja, sind Sie herzlich willkommen, sich in dem Bereich der Digitalisierung, in der ProRetina ehrenamtlich zu engagieren und dann werden Sie ganz, ganz schnell die Erfahrung, die alle anderen um Sie herum haben, wie ein Puzzle ist das. Jeder bringt ein Puzzleteil mit und zum Schluss sitzt da die geballte Ladung an Erfahrung und jeder hilft sich gegenseitig, Selbsthilfe, gemeinsam, Verein, vereint, gemeinsam Dinge erreichen. Und auch wenn Sie sich als Digitalberaterin interessieren und mitmachen möchten, und Sie bringen, keine Ahnung, außer ein Ladekabel nichts mit, ja, sind Sie trotzdem herzlich willkommen und Sie werden sehen, wie schnell es geht, wenn man zusammen etwas macht und sich gegenseitig weiterbildet und gegenseitig spricht und sich gegenseitig ausbildet mit Menschen, die in gleichen Situationen, in ähnlichen Situationen sind, in ähnlichen Lebenslagen sind und so weiter, wie schnell Sie dann nächstes Jahr nicht mehr hier sitzen und sagen, ah, ich habe gar keine Ahnung, sondern Sie werden sagen, ich habe gar keine Ahnung gehabt. Aber heute kann ich anderen Leuten mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe und mit dem Wissen, das ich gelernt habe, weiterhelfen. Schön, dass Sie dabei sind. Freut mich. Ich glaube, dass Sie haben uns alle überzeugt, oder? Vielen Dank. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank an Sie als Zuhörer und Zuhörerin, dass Sie die Geduld mit uns hatten, zuzuhören. Und ich würde mich freuen, wenn wir den einen, die andere in der Progetina begrüßen dürfen, vielleicht auch als Digitalexperte. Ja, vielen, vielen Dank. Danke dir, Cornelia. Danke schön. Weitere. Danke. Danke.